so warum ist denn der nach hinten umgefallen so drei kokosnüsse 1 eins von den grünen würde ich sagen leute lasst mich hier bloß auf eins von den grünen drei kokosnüsse wir sind richtig sehr schön drei bürren drei bürren zwei kokosnüsse und eins von den lila nennen zwei kokosnüsse drei bürren zwei kokosnüsse drei bürren kokosnüsse zwei bananen drei bananen 1234 grüne drei bananen vier grüne zwei bürren drei bananen vier grüne drei bananen zwei bürren wo sind die bürren sein junge der hätte ja nur auch noch und landen können wir sind im finale mit einer anderen person alter schwede das hatte ich auch noch nie eins gegen eins oh mein gott und nicht dieses dieser scheiß der sich immer schneller dreht na los und nicht dieses alter schwede heute wir haben es geschafft wir sind der sieger der rübel wollte uns noch aufhalten wir sind nicht aufzuhalten